Okay, was wollen wir machen? Zuckerwasser für die Haare. Alternativ zum Haarspray, Haarschaum. Also ich fange jetzt mal an mit 200 ml warm oder heißem Wasser, das ist eigentlich egal. Und nicht kalt. Und dann mache ich dann noch 4 Teelöffel Zucker. 1, 2, 3, 4. Also das ist jetzt nicht super stark dann, aber auch nicht schwach. Das ist so ein Medium. Aber man kann das noch variieren, je nachdem wie stark man das halt haben möchte. Dann halt umrühren, bis sich alles aufgelöst hat. Ach so, sonst klebt es hier drin. So, da sieht alles aus. Decken da drauf. Ein bisschen durchgeklärt und dann kann man sich das schon so... Und die Haaren sprühen. Und Engelslappen kommen. Ja. So, bitte. газchaum. Jetzt zur nächsten Pause. -